Filius Fogg. Fogg? Der Abenteurer? Ja, nehme ich doch an. Und Sie sind dann wohl... Meine Begleiter, Abigail Fix, Journalistin. Ich berichte über Ihre Reise für den Daily Telegraph. Was? Nein. Oh nein. Und Passepartout. Jemand wollte Sie töten? Nein. Ich werde die Erde umrunden, und zwar in 80 Tagen. Manche sind für Abenteuer geboren, und andere, um ehrlich zu sein, sind es nicht. Es ist besser, wenn man uns vertot hält. Einmal um die Welt, Freunde. In 80 Tagen. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Au! Eine Fliege in meinem Leben. Eine lebende Fliege in meinem Auge. Sie meinen, Sie können in nur 80 Tagen um den ganzen Globus reisen? Gewiss, Madame. Oder ich sterbe bei dem Versuch. Filius Fogg, vielleicht haben Sie von mir gehört. Papiere. Ja, dann lass das Abenteuer beginnen. Wieso nehmen wir nicht die Eisenbahn wie normale Menschen?